Musik Ja, wir sind die Firma Aug.Heseling aus Lohne, aus dem schönen Niedersachsen, dem noch schöneren Südoldenburger Münsterland. Wir sind ein Betrieb mit etwas über 100 Mitarbeitern, einer Umsatzgröße von 20 Millionen Euro, aus drei Bereichen, einmal den technischen Bereich, dann einmal den Sanitärbereich und auch nochmal den Stahlbereich. Wir sind Mitglied im Einkaufsverband EDE, das Einkaufsbüro des deutschen Eisenhandels und unsere Hauptumsatzverteilung liegt eigentlich auf die drei Kernbereiche, die Industrie, weitreichend von lebensmittelverarbeitender Industrie über die Kunststoffindustrie, die hier auch sehr stark vertreten ist, dann den metallverarbeitenden Sektor über die Stahleinrichter, über die Schlosser und alles was da zusammenhängt und natürlich die Heimat, wo wir eigentlich herkommen, das ist eben die Landwirtschaft, mit der wir noch sehr stark verbunden sind. Ja, die Hauptgründe, warum wir uns für ein neues System entschieden haben und auch für GEWES entschieden haben, war, dass wir mit unserem alten System einfach an Grenzen gestoßen waren und wir einfach mit den neuen Warenwirtschaftssystemen einfach deutlich mehr Vorteile nutzen konnten und auch uns ausweiten konnten in manchen Bereichen. Für GEWES speziell haben wir uns entschieden, nachdem wir uns mit einigen Kollegenfirmen getroffen haben und auch besichtigt haben und uns mit deren Erfahrungen auseinandergesetzt haben. Was mir besonders gut an GEWES gefällt, ist die Verknüpfung und Vernetzung von einzelnen Programmen, zum Beispiel die digitale Archivierung. Wir brauchen keine Belege mehr in Ordner abheften, es wird alles eingescannt, jeder kann auf seinem Bildschirm Empfangsbestätigungen, Lieferscheine, Frachtbriefe etc. sofort in Sekundenschnelle aufrufen, kann dieser auch weiterreichen zum Kunden. Möchte der zum Beispiel eine Empfangsbestätigung mit Unterschrift haben, braucht man nichts mehr raussuchen. Es geht innerhalb von ein, zwei Sekunden, dann kann man dem Kunden über E-Mail seinen Beleg zufaxen. Was ich auch sehr gut finde, ist die Möglichkeit der einzelnen Statistiken, wir haben also viel mehr Möglichkeiten über Statistiken Auswertungen vorzunehmen und daraufhin den Betrieb zu organisieren und auch die Ablauforganisation deutlich zu verbessern. Guten Tag, mein Name ist Axel Büscher, ich bin bei der GWS GmbH in Münster beschäftigt im Bereich Vertrieb und betreue dort seit 2006 die Mitglieder des EDE-Einkaufsverbandes aus Wuppertal. Für die Firma Hesedingen, die sich sehr strategisch und zukunftsorientiert ausrichten und planen, war es wichtig einen Partner zu bekommen, indem sie eine intensive Betreuung erfahren, die ganzheitliche Lösungen hochintegriert anbieten können, letztendlich Lösungen aus einer Hand, die das Unternehmen nach vorne bringen. Neben unserem System GWS ERP werden hier eben auch weitere Partnerlösungen im Hause des Unternehmens Heseding eingesetzt, unter anderem das LVS-System Pro Logistik unseres Partners aus Dortmund. Des Weiteren hat man jetzt hier auch die Tourenverwaltung der Firma AIS aus Ulm mit implementiert, um eben eine hochgradige Integration in der Steuerung dieses Unternehmens zu bekommen. Mein Name ist Andreas Reiners und ich bin im Unternehmen Heseding seit neun Jahren der IT-Leiter. Bei der Firma Heseding hat sich seit der Einführung von GEBES sehr viel zum Positiven verbessert. Wir haben zum Beispiel auch S-DOC und S-CAN eingeführt, wobei wir bei S-DOC den Vorteil haben, dass im Ein- und Verkauf die Leute viel schneller und viel effektiver Zugriff haben auf Rechnungen, auf Lieferscheine, auf Empfangsbestätigung. Wir hatten den Echtstart von GEBES im Juni 2012. Die Stammdatenübernahme hat sehr gut geklappt. Wir hatten damals Sangros und die Firma GWS, hatte die Routinen und die Programme zur Übernahme waren schon vorhanden und die Stammdaten sind da sehr gut übernommen. Wir haben seit dem letzten Jahr auch ein LVS-System eingeführt pro Logistik und planen jetzt auch des Weiteren die Tourenverwaltung AIS zu integrieren. Und für das Jahr 2016, also Anfang des Jahres 2016, ist dann als nächstes der Echtstart geplant für NAV 2013. Ja, wir haben hier in der Einführung unserer verschiedenen Anwendungslösungen eine homogene Einführung realisieren können, mit messbaren Ergebnissen für das Unternehmen und auch mit einer tollen Referenz, gerade in der Verbundgruppe des EDEs, hier die Firma Heseling eben jederzeit nennen zu dürfen. Also wir mit unseren Erfahrungen können GEBES weiterempfehlen, weil wir eine sehr große Unterstützung auch erfahren hatten, lange vor der Umsetzung mit der Planung, während der Umsetzung und auch nach der Umsetzung. wurden wir immer vernünftig betreut und das hat uns sehr gut gefallen. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.